Hallo zusammen, das ist der Basch-Kräft-Mecke. Es ist Samstagmorgen und wir kämpfen uns jetzt durch einen steilen Fichtenwald an einer Flue. Schauen wir mal, was uns nicht erwartet. Zustieg ist nicht ganz einfach, aber jetzt stehen wir schon unter einem riesigen Baum. So, wir stehen jetzt schon an der Quelle dieser Hölle. So, wir sind jetzt auch schon auf dem Weg nach oben. Es geht eigentlich relativ gut. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Wir haben hier auch schon gesichert und jetzt geht es weiter. Wunderschöne. Super, mega. Und da ist es wirklich tief. So, jetzt haben wir hier wieder eine Basch-Stelle. Waaah! Ich muss jetzt auch auf dem Weg filmen. Und da geht's weiter. Ich habe nass. Uh! Und da geht's weiter. Waaah! 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 So, da oben kommt jetzt die Hölle einen anderen Charakter rüber, da kommt keine nasse Füße mehr. So, jetzt haben wir da etwas vorsichtiges. Da hat es wunderschöne Versinterungen. Und da so ein Traum. So, jetzt haben wir da einen wunderschönen Silteraltar. Da oben würde die Hölle weitergehen, aber das mache ich nötig, dass die Objekte dort überquedern. Es geht da hinten wieder runter. Ja. Oh. So, wir sind dann noch mal in Speleo-Modus gegangen. Da geht es wieder in die Hauptfache runter. Und da hinten, oh! Leckt mir am Arsch. So, jetzt schaut euch mal das an. Wunderschöne. So, jetzt schauen wir uns noch mal die wunderschöne Valhalla. Valhalla. Da unten drückt sich, dass es da passt. Dann machen wir jetzt etwas Zweig. Da ist ein Sipo. Da passt die Eins. Hölle hoch. Das ist der Gang Nummer 1. Aber wie wird es da zu eng? Ich kann das mal eine Schnurbel rein. Wunderschöne Rocksteine. Mega. Super, ne? Da ist der Wassergang. Schau mal. Super, ne? Da geht's ruhig auf. Es ist super nass. Es ist super krass aus. Dann steigen wir jetzt wieder in die Waffe. Und machen uns aus den Berg raus. So. Da gibt es wunderschöne Hölle. So, wir sind schon bald wieder im Ausgang vorne. Müssen wir da halt noch mal durch. Wunderschöne Tropfsteine hier. Schauen wir mal. Aber da muss jetzt einfach voll durchs Wasser durch. Wunderschöne. Lohnen sie. Dann steigen wir noch ein bisschen. Bis es so schön kalt ist. So, liebe Leute. Der Ausgang ist nah. Juhu. Rettung. So, liebe Leute. Wir sind da schon wieder auf dem Rettungweg. Es gibt da keine grosse Abseitsszene. Ich kann mich dann mit dem Petzl Stopp runter. Für alle, die gerne mal in die schöne Hölle mitkommen wollen. Ja, wenn wir gerade sind. Jetzt noch mal etwas Neues probieren. Neoprene Socke und Outdoor Sandalen. Das ist eigentlich noch ziemlich gut. Und vor allem ist das Licht. Wenn wir da noch ein bisschen Gummistiefel mitschleppen, wird es halt dann immer ein bisschen schwer. So, liebe Leute. Wir sind jetzt schon wieder am Club angekommen. Das war eine mega schöne Hölle. Ich bin jetzt voll bereit. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Sie sagen immer alle, ui, ahoi. Eine Hölle, verdammt krass und gefährlich. Aber eigentlich ist der Zustieg gefährlich. Äh.